Es hat uns ein Stück weit die Cleverness gefehlt, Punkte mitzunehmen. Für mich ist jedes Spiel möglich, einen Sieg zu holen. Und das wird jetzt am Samstag so sein. Ich weiß, dass wir da natürlich einen perfekten Tag brauchen werden, jeder einzelne von uns. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt die Woche gut darauf arbeiten, darauf hinarbeiten, dass wir das dann abrufen können. Ja, es war schon schwer, so eine Niederlage hinnehmen zu müssen. Es war nicht einfach, ich musste ein, zwei Tage verarbeiten, aber es ist eine neue Woche, neue Aufgaben. Und ja, wir wissen, wo wir uns verbessern müssen. Das ist jetzt zum Spiel vom Wochenende in vielen Bereichen. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Es hat uns ein Stück weit die Cleverness gefehlt, Punkte mitzunehmen. Ich meine, ein Tor kann man kassieren. Wir waren jetzt auch nicht unser bestes Spiel. Schalke hat ein ordentliches Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber ja, verlieren dürfen wir das Spiel niemals. Und ja, in der Kabine war dann natürlich die Enttäuschung groß. Tabelle schaue ich nicht. Schon öfter gesagt, 34. Spieltag. Aber das ist doch schon wichtig zu wissen, wie die Situation ist im Saisonendsport, weil Sie sagen, Sie schauen nicht drauf. Ja, weiß ich jetzt. Sieben Punkte Vorsprung. Du bist demnächst ein Länderspiel in Bremen. Was ist denn, wenn Hansi Flick jetzt anruft? Ja, wie gesagt, ich habe mich entschieden. Ich weiß jetzt nicht, was in der Zukunft passieren wird in Sachen Nationalmannschaft. Aber ja, ich hatte meine Entscheidung getroffen. Und was gibt es da so Neues? Nichts. Also auch aus Algerien noch nichts? Nein. Und der Kontakt zu algerischen Trainern, Funktionären, gab es da was? Nein, ich persönlich nicht. Nein, immer noch nicht. Jetzt gegen Hertha und eigentlich auch gegen Schalke habe ich schon versucht, mehr hinten zu bleiben. Ja, einfach mehr Stabilität wieder reinzubringen. Auch das Spiel hat es jetzt nicht sonderlich hergegeben in den letzten beiden Spielen, aber ich sage mal, gegen Hertha hat es gut funktioniert. Ich weiß, dass es auch häufig Spiele gibt, wo mein Offensivdrang auch gebraucht wird. Ja, alles entspannt. Das Gleiche wie für die anderen. Ich beschäftige mich jetzt nicht damit, was im Sommer passieren könnte. Ich will Spiele gewinnen. Ja, es waren mir zu wenig Erfolgsmomente jetzt in den letzten Wochen. Ich will mich darauf konzentrieren, dass wir wieder mehr gute Momente haben als Mannschaft und erfolgreich sind. Und dafür arbeite ich jeden Tag. Ja, es ist schon natürlich für mich, sage ich mal, eine positive Saison von den Zahlen her. Aber ich muss ehrlich sagen, es interessiert mich eigentlich nicht so. Ich habe immer, also wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Saisons, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel an Toren beteiligt bin, ist kein anderes Gefühl. Ich denke oft über die Szenen nach, die ich besser machen kann, wo ich noch mehr hätte rausholen können und ja, das ist auch immer mein Ehrgeiz. Natürlich ist es schön, der Mannschaft zu helfen, aber ja, wie gesagt, so ein Assist jetzt für die Statistik gegen Schalke bringt nichts, wenn wir nicht gewinnen, weil das ist eigentlich das, was mich am meisten befriedigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.